Herzlich Willkommen auf meinem Kanal meine lieben Freunde, D.O.W.G. ist für euch wieder hier fresh am Start und zwar habe ich euch versprochen, dass ich auf das Video von Delal und Prinko eingehe und zwar gibt es jetzt eine Reaction, ich habe es schon auf Instagram angekündigt meine lieben Freunde wenn ihr mich noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr es gerne machen D.O.W.G. Original Haircare for You and Me und das 3D natürlich dazwischen nicht vergessen meine lieben Freunde, also wir gehen jetzt mal auf YouTube, was müssen wir eingeben natürlich Delal, wir geben Delal ein, so, okay, Cabriolet wie gesagt, starten wir mit dem Ding also einige von euch haben mich gefragt, warum ich keine Reaction Videos mehr drehe ja, das Problem ist, dass aus Copyright rechtlichen Gründen man solche Videos nicht immer produzieren kann und man immer wieder Probleme bekommt und YouTube ist wirklich in den letzten Monaten sehr krass aktiv gewesen, sowas zu stoppen und jeder der versucht irgendwelche Videos zu nehmen die nicht seine Rechte haben, also sprich jeder der diese Rechte zu diesen Videos nicht besitzt darfst du ja auch nicht posten, dementsprechend bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen ja, in der Zwickmühle, indem ich sage, ey komm, es ist mir alles ein bisschen zu heiß ich mache lieber nur Rap News und lasse erstmal die Rap Reactions sein aber natürlich für meinen Freund Delal und Prinko mache ich das natürlich gerne und gehe natürlich hier eine kleine Gefahr aus ja, also wir starten mit dem Video, meine lieben Freunde Delal X, Prinko, Cabriolet, offiziell Video, wir starten okay oh, während der Fahrt, geht das, Alter? ich weiß es nicht, Alter, kann man während der Fahrt seinen Cabrio so zurück? ah, ich glaube, auf eine bestimmte Kilometeranzahl, ne? kmh, die Dead Authentic Pictures Prinko was ist das für ein Mercedes, Alter? Alter, ist das eine C oder E-Klasse? ich weiß es nicht, die ist auf jeden Fall sehr, sehr alt, ein Oldtimer, ne? geil auf jeden Fall sehr heftig geht es schon los mit den geilen Besten diesmal sind richtig geile Beste da äh, in dem Track von, äh, Delal 7 kmh wurde ja ein wenig kritisiert, dass zu wenig ja, es war wohl ein bisschen ich weiß nicht, was die Leute haben, also ich fand den Track richtig Bombe 7 kmh finde ich auch geil hat seinen eigenen Style, würde ich so sagen das ist natürlich ein ganz anderer Liga das ist ein ganz anderer Track der geht ein bisschen auch in die Richtung, äh, Trap ja, würde ich so sagen also man kann das gar nicht miteinander vergleichen also die Leute, die sagen, ey, sein erster Track war so, der ist jetzt so und kann man nicht vergleichen das sind zwei verschiedene Arten von, äh, Tracks, Freunde, ne? den Rapper Prinko habe ich mittlerweile auch schon ein bisschen analysiert, würde ich mal so sagen also der macht auch richtig geile Musik ich habe den ehrlich gesagt davor gar nicht auf dem Schirm gehabt aber mittlerweile muss ich sagen, ist ein geiler ein geiler Künstler, würde ich sagen den Track von ihm, äh, Givenchy finde ich ziemlich geil habe ich mir letztens reingezogen ja, ihr merkt schon, ich mache immer wieder Stopps damit es wirklich am Ende für mich keine Probleme gibt ähm, machen wir wieder eine kurze Pause und starten immer wieder, weil sonst YouTube, äh, Anzeigen blendet und zwar das ist nicht copyrightrechtlich mir gehört, äh, das Videomaterial aber geil viel zu viele Mücken auf dem Mercy MLB äh, viel zu viele Mücken auf dem Mercy MLB ey, jeder Mercedes Fahrer kennt das Problem immer vorne an der Front immer diese kleinen Mücken, ja also die, die kein Mercedes haben, äh ähm, das ist, äh ziemlich schade an dieser Stelle also der Künstler ist sehr musikalisch, muss ich sagen ey Prinko, wirklich Respekt sehr, sehr musikalisch, Musik, sehr musikalische, äh Adar fließt in dir, man wow sieben Kammer wegen Delas Track geil geil wie kommst du auf so ne geile Line also das waren schon mal richtig geile Lines die er da rausgekaut hat echt geil jetzt kommt unser Budi ich fahr in meinem Capri oh, 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 oh wir müssen leider wieder stoppen müssen wir leider wieder stoppen mein Leben vor der A haben wir jetzt so ein Gewissen geil, Alter Della, du bist wieder back geil, ich weiß auch nicht also wartet jeder auf diese Minute wo der anfängt zu rappen der Della 1-3-1 oder 1-3-0 ging's los geil Geil Klamotten immer weiß wie ein Scheich ey, geil Klamotten immer schwarz so wie dir mein Name auch sehr nice find ich nice immer unterwegs in einem Cabriole Cabriole wuuuuh geil gar kein Problem geil 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 gar kein Problem habt ihr gehört 100k ist gar kein Problem ich fahr in meinem Cabriole also ich fahr in einem Cabriole oder ja in einem Klamotten ich fahr in einem Cabriole in einem Cabriole ich fahr in einem Cabriole geiler war geiler beide echt ein Hammer Trick warum gibt's da noch Kritik ich fahr in einem Cabriole ich fahr in einem Cabriole guck mal Prinko Budi warum sagst du so einsam aus Lo ruf mal an Budi was ist da los warum so einsam meld dich lass mal einen Döner essen dann setz ich mich dann neben Lo geil Mercedes alter was machst du nur mit uns Mercedes man muss an dieser Stelle sagen was ich auch richtig 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 geil finde ähm es sind keine nackten Frauen oder irgendwelche Weiber da im Video ne finde ich echt finde ich Bombe und keine irgendwelche Beleidigungen gegenüber irgendwelche Frauen oder sonst was oder irgendeine Gewalt oder irgendwelche geil also das muss ich wirklich sagen Respekt für diesen Text Respekt für diesen Text Hammer Beat ist auch Bombe Bombenbeat jetzt überall erhältlich Spotify Google Play iTunes Music Deezer ja richtig geil was ist mit Amazon ist nicht auf Amazon erhältlich nicht nicht nein ok richtig heftig gemacht richtig gut gefällt mir echt supi gucken wir uns das mal an also der hat 2176 er hat 2176 Klicks 175 gefällt mir und 40 gefällt mir nicht also das ist auf jeden Fall eine gute Resonanz abonniert haben wir das Ding da kann ich nur eins sagen hinterlasst einen schönen Kommentar für die Jungs und Officer Prinko Cabriole geil ok schreiben wir hier mal super trick bro reaction reaction ist online an Prinko official Prinko official den werden wir natürlich auch abonnieren haben wir schon abonniert oh neulich gab es hier ein paar Videos hier die okay der hat das nicht auf seinen Kanal gepostet Freunde das ist von Prinko 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 wieder regelmäßige Rap News ähm das war jetzt nur spontan für meine Jungs habe ich das auch ausgehauen ich danke euch fürs Einschalten Freunde und Peace and out abonniert meinen Kanal lass ein Like da und bis demnächst Rap Talk bei Doggy3DR